Wir betreten jetzt den Markt, in dem wir immer Gemüse und Obst einkaufen gehen. Okay. You could for fun just buy somethin', some fruit. You could visit our mids friends. Look at all this stuff... Liebe, äh, Kleinkram. Sehr viel Tee hier in den Boxen. Sehr frisches Gemüse. Hier kaufe ich immer ein. Sehr frisches Gemüse. Hier kaufe ich immer ein. Ja, ich weiß nicht. Wir sind jetzt mit dem. Haha, ich weiß nicht. Die Leute essen in diesem Moment. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier kaufe ich immer Fleisch an. Gibt's leckeren Fische in den Boxen. Rischig. 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 Ja, das ist das Ende. Und der ganze Martin? Ja. Okay. Nice.